Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son. Wir sind ja hier immer noch unterwegs, um diese Live-Live-Activists mal so richtig aufzumischen. Und mir ist jetzt hier schon mehrmals eine Drohne um die Nase geflogen. Also irgendwo können wir uns hier auch noch eine Scherbe holen. Aber ja, dann werden wir mal reinhauen, würde ich sagen. Die haben wir schon mal erledigt. Aber natürlich kommen wieder 5 Milliarden DUP-Troops hierher. Wir sind ja auch direkt an so einer DUP-Zentrale. Also es hätte mich jetzt gewundert, wenn die wegbleiben würden. So, und was der andere hier, den müssen wir noch erledigen. Und hier läuft noch einer. Nein, komm zurück! Ach, du bist doch doof. Komm mal her! Du feige Sau! Na? Komm, traut euch wieder her! Dankeschön! So, immer schön! Die lassen sich's ja nicht nehmen, uns hier richtig eins auf den Deckel zu geben. Dann machen wir aber erst mal die Kamera kaputt. So, dann müssen wir mal gucken, weil jetzt haben wir ja wieder die nächste Möglichkeit. Dann machen wir hier mal den hier weg. Jetzt das nächstgelegene wäre hier oben das. Ich mach mir das immer mal gerne auf der Karte sichtbar, damit ich sehe, wo ich als nächstes hin muss. Bei 2 oder 3 solchen Zielen ist das ja immer so ein bisschen schwer hier auf der Minikarte zu sehen, wo man schön als nächstes hin kann. Achso, jetzt hab ich die eine Drohne da drüben vergessen. Naja, komm, was soll's. Wir kriegen eh hoffentlich bald alle angezeigt, wenn wir uns hier richtig schön durchgekloppt haben. Du folgst meinem Lied, ne? Das wollen wir mal sehen. Okay, das wird jetzt wieder eine etwas heftigere Angelegenheit. Holla, die Waldfee! Okay, da ist noch ein kleiner. Hey, bleib hier! So, ich mach mich mal ganz kurz vom Acker hier, so. Und ich glaube, da unten ist noch irgendwo so ein dicker Typ. Autsch! Wir könnten natürlich auch mal diesen hier bringen. Oder? Geht gar nicht. Schade. Ich dachte, wir können wieder so ein Nicht-Orbital-Drop. Ich kann mir gar nicht merken, wie das in Böse sozusagen heißt. Kommt doch mal her, hier. Nein, 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 mein Freund. Du kriegst mich nicht. Gut, wir brauchen wieder unsere Neon-Power. Wo kriegen wir denn Neon-Licht her? Nein, nein, du kriegst mich nicht. Komm her! Nein, du sollst doch gar nicht dahin hauen. Der ist doch da drüben. Kamera, ich glaube, du musst die Kamera ein bisschen schneller einstellen. So, jetzt habe ich dich. Ah, der ist noch da. Nein. Okay, der ist ganz schön fix hier. Wo ist er denn? Puh. Traut er sich nicht mehr, ja? Ah, da oben hast du dich verschanzt. So, Dalle. Genau. Ich brauche nämlich jetzt hier noch ein bisschen von der Neon-Power. Hier ist noch ein Neon-Sign. Ich bin ja schon wieder völlig leer. Gut, dann müssen wir uns mal hier in die Richtung begeben. Und düsen, düsen, düsen. Wie im Sause-Schritt. Hier war schon wieder irgendwo eine Kamera, die uns gesehen hat. Tummes Teil. Na, hier rüber. Ja, doch. Diese Kamera nervt. Fürs nächste Mal hauen wir die schon mal aus den Latschen. So, und hier sind die nächsten Aktivisten. Wo ist denn hier eine Kamera? Boom, Baby. So, die Aktivisten haben wir jetzt. Wow. Die haben wir jetzt erledigt. Oh, nee. Hier ist schon wieder so dicker. Moment. 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 Wir müssen so ein bisschen hin und her düsen. Um denen so ein bisschen auszuweichen. Und auch mal am besten ganz vom Acker machen. Oh. Wupsi. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Der ist da vorne. Autsch. Oh, dieser Typ, ey. Der nervt so ein bisschen. Hier müsste doch irgendwo wieder Neon Power sein. Aber danke. Sehr nice. Au. Nein, 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 mein Freund. Komm schon. Jetzt hat le... Jetzt haben wir ihn endlich mal so, wie es sein muss, erledigt. So, hier ist aber noch einer. Der haut gerade aber eher ab, als dass er stehen bleibt. Na super. Jetzt ist er im Tunnel. Und... Jetzt hören wir sie natürlich nicht mehr. Jetzt ist wahrscheinlich wieder die Verbindung abgebrochen. Wie das in Tunneln halt so ist, mit... ...Verbindungen. Na super. Die war da jetzt so heiß drauf, diesen Leader zu finden. Dass sie nicht auf uns warten wollte. Und... Das lasse ich aber auch nicht liegen. Schwing. Nee, also ich muss sagen, es macht mir schon sehr viel mehr Spaß, mit Delson irgendwie zu spielen. Ja, krieg dich mal wieder ein. Ja, ich hatte ja stellenweise echt Probleme mit Cole. Der wollte nie so, wie ich wollte. Es lag natürlich alles an ihm. Es lag nie an mir oder so. Nein, nein, es lag alles an ihm. Ja, aber irgendwie hatte ich da immer Probleme mit der Steuerung von Cole. Aber mit Delson geht das jetzt irgendwie ganz gut. Aber fragt mich mal, warum. Hier bin ich auch recht gerne auf den Dächern unterwegs. Und das sieht doch mal hübsch aus hier. So eine Dachterrasse. Wunderschön. Da hat sich aber einer richtig Mühe gegeben. Und wir müssen jetzt aber auch da hin. Oh, holla, die Waldfee. Da hat sie aber Party gemacht, wie die ganze Sache hier aussieht. Ja, sag ich doch. Fight through the Pioneer Tunnel and find the activist leader. Okay, gut. Jetzt müssen wir uns hier durchkloppen. Entschuldigung, Mann auf der Mission hier. Ah, Fetch ist aber da hinten irgendwo anscheinend. Ich habe auch noch nicht rausgekriegt, ob man hier die Schulter wechseln kann beim Schießen. Das wäre nämlich extrem gut. Oh, das ist aber Fetch hier, oder? Das war ich jetzt nicht. Komm her. Ach, das ist wieder so ein Dicker. So. Ist der Dicke da? Komm her. Er traut sich irgendwie nicht so ganz. Erst mal die Kleinen. Nein, 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 mein Freund. So, erst mal die Kleinen hier noch. Okay. So, kartentechnisch sieht es ganz gut aus. Jetzt ist nur noch der Gelbe da. Ah, Junge. Verdammt. Brauche ich wieder Neon-Licht. Ähm, hier über uns sollte ja noch was sein, weil jetzt bin ich total leer. Das ist natürlich nicht so gut. Hier ist noch ein kleines. Ich muss dann auch irgendwann mal gucken, ob wir uns wieder irgendwie upgraden können. Hihihi. Da hat's ihn niedergerissen. Na, ihr? Macht euch mal vom Acker hier. No to drugs, no to bioterrorists. Lifeline. Pure body, pure soul. Ja, nix klar. Schnauze. So, einer müsste hier noch links sein. Da kommt er. Und da vorne ist wieder so ein Dicker. Zumindest sieht das so aus wie... Oh mein, jetzt habe ich hier wieder wahrscheinlich gutes Karma verdient. Das müssen wir gleich mal... Ja. Wow. Das war eine gute Entscheidung anscheinend. Wir sind jetzt Bioterrorist. Nice. Gut. Dann kann ich die, die am Boden gefesselt sind, aus Versehen. Das wollte ich ja nicht. Ähm, kann ich also immer noch töten. Das ist natürlich extrem geil. Und Bioterrorist heißt ja auch, wir können wieder upgraden. Aber wir haben gerade mal zwei Scherben. Hä? Ich glaube, das könnte ein bisschen kompliziert werden. Aber eine können wir da schon mal reinballern. Und na, diesen Phosphorbeam, das ist eher weniger. Und Drain Neon nehme ich mal noch. So. Jetzt ist der dicke Mops hier noch irgendwo. Oh, da hinten sind eine ganze Menge. Oh, das ist wieder so einer. Okay, verstehe. Du bist das, ne? Genau. Wow. Okay, das war ja eine gute Entscheidung. Jetzt haben wir hier gleich mal ein paar wieder gemetzelt. Dabei sind nur eine ganze Menge. Jetzt wird's schon wieder eng. Ach, aus den Notfallrufkästen können wir auch noch Neon rausholen. Das ist gut. Ah, da ist noch einer. Bleib stehen, mein Freund. So, das dürfte es hier gewesen sein, wollte ich gerade sagen. Und dieser eine Zivilist stand jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig in der Gegend rum. So, oh, das sieht hier übel aus. Ja, Joke's on them. Ja, aber ich bin doch jetzt auch Laser Guy. Gucken wir mal. Ja, äh. Kann hier irgendwie nicht anhalten. Er läuft einfach weiter. Ähm. Kann ich mich irgendwann auch mal wieder bewegen? Ich kann mich nicht bewegen. Ähm. Ich kann hier gerade gar nichts machen. Ach so, wir müssen jetzt einen Radiant Sweep. Anleaschen. Na gut. Sagt er doch. Ich konnte mich nämlich jetzt hier überhaupt nicht bewegen. Gar nichts machen. Aber das ist natürlich die Lösung. Aber hallo. So, wer schießt hier noch? Ach, du. Ich bin unstoppable. Naja, unstoppable würde ich das nicht gerade nennen. Du bist schon einmal gestorben, mein Freund. Also zumindest, ich glaube, in der letzten Aufnahme. Nein. Oh, shit. Siehst du, siehst du? Von wegen, you're unstoppable. Okay, so was ist der Plan? Ähm. Get him? Get him isn't a plan. D.O.P. Bastard! So. Clever, girl. So, Freunde. So haben wir nicht gewettet. What? Was macht der denn? Ah, Gott. Er hat jetzt gerade ein Auto gekommen, was mich weitergeschoben hat. Ja, schon. Ach, shit. Ich habe keine Waffen mehr. Ja, ich will ja gerne bleiben. Ich will nur nicht getötet werden. Sayonara, Dupes. 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 Vielen Dank.